Soooom! Und dann, ciao! So, jetzt kommen wir zurück zu dem Next Day Titanfall. Und gleich standardmäßig. Und ne neue... Ich glaub, die hat sich bisher noch gar nicht. Okay, die ist auch ein bisschen größer. Oh, und da war ein Gegner. Den hab ich nicht gesehen. Auf geht's. Zack. Oh, ich habe das nicht gesehen. Ich bin, der Zager ist mir. Ich bin, die Zager ist mir. Okay, ich bin, dass ich jetzt ein paar Jahre alt bin. Ich habe mich nicht mehr gesehen, ich habe mich nicht mehr gesehen Ah, ich habe mich nicht mehr gesehen Ja, jetzt hab ich leider immer noch mal So, mein Titan ist bereit Die Was ist das? Ach genau ey, der Autoflighten hat sich mal abgeschrieben. Oh Gott, ich bin jetzt schon wieder da. Ah, ich bin jetzt schon wieder da. Ach komm du kleiner Wichser Boah Wichser We're out, we're out! It's over, guys. We lost. Fall back to base. We lost the sector to the IMC. We're sending in the dropkits. Check your HUD and get to the nearest evac point. We're going to be dominating the pilot. We made it to the evac point. It's just about there. We made it to the end. Fuck! Scheiße! Falsche Scheiße! Oh, nö! Ja, das ist gut gelaufen. Oh, das hab ich noch. Ah, und dann noch einmal zum Schluss kommen. Das war jetzt noch so krass. Oh, man ey. Naja, nun kann ich immer gewinnen. Trotzdem nervig. Ich denke, ich werd dann jetzt auch mal ne kleine Pause machen. Hab jetzt schon ganz anständig... Folgen aufgenommen. Keine Challenge geschafft, oder? Ja. Ja. 250. Wahrscheinlich nachher 1000 oder so. 25 Runden. Ja, 21 Runden erst. Und schon auf Level 20. Ging ganz gut. Alles klar. Dann wende ich hier die Folge und auch die Aufnahme. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!